Ja, das hier wird der andere Ausgang sein. Der uns direkt hinter die Wächter führt. Also die Lafantaner Wächter. Ein leichenhafter Mann schaut den Weg zum Berg empor. Einen skelettierten Arm hat er angehoben. Mit dem anderen deutet er auf die Tür. Diese Frau scheint aus der Felswand des Berges herauszukommen. Sie ist kaum mehr als eine robe gehötes Skelett. Und ihr Stahn ist auf die massive Tür fixiert. Okay. Die da hinter uns haben uns gesehen, also vor uns haben uns gesehen. Aber sie reagieren zum Glück nicht aggressiv. Was steht auf der Säule? Wie kann das Volk der tungenen Gott und Gesetzlosen widerstehen? Wo kann die Ulme so tiefe Wurzeln schlagen, dass die Stürme sie nicht wegreißen können? Hm. Gute Frage. Da wo's Wind still ist? Oh, fallen. Oh, die kann ich entschärfen. Das ist gut. Ah, da drüben ist ein Raum. Mal wieder grauer Schlick. Oh, Falle. Die Falle hat Itomag umgehauen. Ah, ob wir einen Schlüssel für das Ding finden, ist die gute Frage. Ah, wieder ein Troll. Die Falle hat einen Troll. Okay, hier haben wir korrumpierte Droiden, weil hier sind wir auch nah an dem da oben. Na gut, kümmern wir uns erst um die da oben noch. Auch wenn ich glaube, dass da ein bisschen mehr in dem Raum sein wird als die Pevgar und genau die Droiden. So, quick save. So, wenn wir eine kontrollieren, können wir uns ruhig um die andere kümmern. Nehmen wir uns jetzt in Fusionstränke. Auch gut. So, das heißt, hier oben sind wir durch, das heißt, wir können nur nach hier unten lang. Mal wieder ein quick save machen. Noch mehr korrumpierte Droiden und Pevgras. Ich glaube, so langsam muss ich hier Various wieder auf Fernkampf umstellen. Was wäre eigentlich deine Fernkampfwürfe? Jagdbogen, naja, egal. Pykos konnte mit ihren Häuptlingen niemals eine Übereinkunft treffen. Wie kann ein Volk Ordnung finden, wer die Dämmerung nur die Dunkelheit bringt? Aber niemals eine Karte in den Sternen am Himmel. Noch ein korrumpierter Droide und noch eine Pevgras. Zwei Pevgras. Ich muss gerade in derSON. Ich werde ich nichtируh. Ich werde dir meinen Jawabern, Die können halt viel Schaden machen, weil sie ziemlich viele Naturzauber haben, die direkten Schaden verursachen. Niemals, der Geist, aber immer das Fleisch erzeugt, ein Volk der gesenkten Augen. Oh, Mykolüden jetzt hier. Ähm, halt Sporlinge. So, locken wir jetzt mal die Sporlinge raus. So, locken wir jetzt mal die Sporlinge raus. Da müssen wir uns um die Feuchtsporen kümmern. Oh. So, jetzt war's hoffentlich mit Feuchtsporen hier drin. Okay, das find ich nicht lustig. Hm, gute Stilett. So, jetzt kommt's. Ich bin hier. Ja? Okay, es geht tiefer ins Gewölbe. Beim nächsten Level aber auf jeden Fall mal wieder Mechanik erhöhen. Das ist noch ein bisschen hin. Ja, noch über 3000 Erfahrungspunkte. Ja. 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 Ja, ich könnte es gut machen, aber das will ich nicht. Okay, Phantome und Animaten. Verdammt, viele Phantome. Die können zum Glück auch nicht mehr so viel, Phantome. Ich bin hier. Auf der Hunde. Die Pyktogramme in dieser Nische protektieren eine Prozession, die zu einem Altar zieht. Ein einzelner Gestalt liegt auf dem Altar, wo ja ein anderes Mitglied der Prozession einen Dolch ins Herz treibt. Aus dem sterbenden Mann fließt etwas in einen weißen Stein, der über den Altar gestellt wurde. Die Zeit war für die Gottlosen wie ein Schleier. Keine Segnung zu ernten, keine Gnade zu sehen. Oh, ein Animat, der da auf dem Podest steht und ein Irrlicht. Achso, Animaten in Wächterform dann. Das führt auch in die zentrale Kammer? Ich will aber erstmal noch nicht in die zentrale Kammer. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's, wie es tut. Das war's, wie es tut.